Allen Erwartungen zum Trotz bricht schon seit Jahren eine Art Pleitewelle über die Online-Händler. Und in diesem Video werden wir mal darüber sprechen, warum so viele Online-Handelsunternehmen selbstständige Pleite gehen oder einfach nach Jahren, selbst wenn sie teilweise schon gute Umsätze machen, einfach sich das Geschäft nicht mehr für sie lohnt, sie kein Geld wirklich verdienen und deswegen Pleite gehen und wie du das Ganze von Anfang an vermeiden kannst und von Anfang an ein Unternehmen aufbaust, was wirklich dafür geschaffen ist, jahrzehntelang profitabel für dich Gewinne zu erwirtschaften, denn meiner Meinung nach sollte jedes Unternehmen mit dem Grundgedanken angefangen werden, ja wirklich was mit Substanz auch aufzubauen, was wirklich einen Mehrwert bietet, was wirklich der Gesellschaft einen Mehrwert bietet, denn wenn nur, wenn das gegeben ist, dann kann ein Unternehmen auch langfristig sehr viel Geld verdienen. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier vom Podcast zum Wolf. Mein Name ist Niklas Spillmeier und ja, heute kommt mal ein kleiner Auszug aus unseren Strategiegesprächen, die wir mit unseren Kunden des Öfteren führen, wo ich einfach mit jedem Kunde, der sich für eine Zusammenarbeit mit uns interessiert, einfach mal mitgebe, was wir grundsätzlich hier aufbauen und was eben der große Unterschied ist zwischen dem, was wir hier tun und dem, was der Großteil des Marktes einfach tut. Denn eine Sache, die ich schon seit sehr vielen Jahren beobachtet habe, ist, dass besonders in diesen Online-Geschäftsmodellen einfach sehr, sehr viel trockenes Laub aufs Feuer gekippt wird, dann eine kurze, große Stichflamme da ist, wo einmal kurz vielleicht gut Umsatz gemacht wird und das dann aber recht schnell wieder zu Ende geht und nicht wirklich was aufgebaut ist, wo Leute wirklich mal, ja auch langfristig sehr viel Geld verdienen, also wirklich über Jahre, Jahrzehnte hinweg. Und das hat meiner Meinung nach auch einen ganz klaren Grund, denn die Herangehensweise bestimmt ja letztendlich schon darüber, ob man überhaupt langfristig erfolgreich sein kann oder ob das, was man da macht, ja einfach von vornherein sozusagen nach sechs, sieben, acht Monaten zum Scheitern verurteilt ist. Ich möchte mal ein Beispiel daraus nennen und zwar gibt es mehrere Möglichkeiten, natürlich ja ein Online-Handelsgeschäft aufzubauen. Das Ganze beginnt immer mit den Produkten. Du musst natürlich irgendwelche Produkte verkaufen, du verkaufst irgendwelche Produkte und dabei stellt sich natürlich schon die Frage, ist das ein Produkt, was langfristig funktionieren wird? Ist das ein Produkt, was auch langfristig für dich funktionieren wird oder ist das einfach nur eine kurze Opportunity, die du gesehen hast, wo du gesehen hast vielleicht, hey, gerade wird das und das viel verkauft und ich bestelle jetzt einfach mal ein Produkt beim chinesischen Hersteller und probiere das aus und biete das für den und den Preis an oder stecke dahinter ein größerer Gedanke, beispielsweise der Gedanke wirklich in einem Bereich eine Art Marke aufzubauen. Ich nenne es auch mal gerne eine Flotte von Produkten, das bedeutet wirklich mehrere Produkte gerne mit einem Führer vorne, einem Flaggschiff, das so eine Produktmarke anführt, das ist zum Beispiel bei vielen Marken der Fall, ist eine Sache, die auf Amazon sehr gut beispielsweise funktioniert, wenn man in den Markt reingeht mit einem sehr dominanten Produkt in einer Nische, ich nenne da immer die Tennis-Nische, weil da macht es nicht so Sinn, da drin zu verkaufen, deswegen kann ich das immer gut als Beispiel nehmen. Sagen wir mal zum Beispiel, du möchtest jetzt eine Marke aufbauen im Segment Tennis, dann ist zum Beispiel dein Flaggschiff höchstwahrscheinlich ein Tennisschläger, das ist so das Hauptprodukt natürlich in dem Markt und dann gibt es eben viele andere Produkte, die in der Nische auch interessant sein, zum Beispiel vielleicht eine Tasche dafür und das wäre dann eben das, was sich hinter dieser Flotte, hinter diesem Flaggschiff sozusagen einreiht und so könntest du in einer Nische einfach erstmal von Grund auf mehr Produkte aufbauen, sodass du sozusagen so eine Art wirkliche Präsenz aufbaust. Das heißt, wenn ein Kunde anfängt sich zu erkundigen, hey ich möchte neue Sachen, neue Produkte kaufen für mein Hobby Tennis, dass sie zwangsläufig mehrfach über dich stoßen. Das heißt, wir bauen immer mit unseren Kunden gerne so eine Art Omnipräsenz in einer Nische auf, wo wir wirklich später sehr viele Produkte in einem Bereich haben und dadurch sozusagen so positive Zwischeneffekte zwischen den Produkten entstehen. Das kann auch in allen Nischen funktionieren, es gibt eigentlich keine Nische, wo das nicht funktioniert, ich sage mal beispielsweise Deko-Artikel für den Haushalt. Auch da kann man natürlich hingehen und dann ja verschiedene Deko-Artikel bringen, immer unter derselben Marke verkaufen und jetzt geht der Kunde hin und schaut danach und er wird zwangsläufig sehr viele Kontakte mit uns, unserem Markennamen, unserem Slogan vielleicht und so weiter und so fort bekommen, was einfach Vertrauen schafft. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die sehr viele Online-Händler eben nicht machen, weil viele gehen eben hin und die sehen, ah okay, ich habe hier ein interessantes Produkt, das ist zum Beispiel jetzt im Bereich Sport und Freizeit, Tennis sagen wir einfach mal, dann ist das nächste Produkt ist auf einmal im Bereich Garten, ich habe hier irgendwie eine Dachplane, die ich verkaufe für irgendwas und das wieder nächste ist dann für irgendwelche Reiseprodukte oder was auch immer, wo dann ein Produkt ist, was vielleicht sogar gut performt und wo sehr viel Potenzial vielleicht sogar auch drin steckt, aber was theoretisch sehr schnell und einfach auch kopiert werden kann. Denn nicht nur auf Amazon, nicht nur in eigenen Online-Shops, alles auf dieser Welt ist, bevor es unkopierbar wird, ist es kopierbar. Das heißt, jedes Produkt, was du verkaufst, was du irgendwo bei dem Lieferanten einkaufst, solange du es nicht selbst herstellst, kann theoretisch jeder andere ja auch kaufen. Das musst du dir immer im Bewusstsein haben. Jeder kann theoretisch genau das machen, was du machst. Das heißt, du musst Dinge tun, die nicht kopierbar sind oder nur sehr schwer kopierbar sind. Und das ist letztendlich auch der Grund, warum überhaupt sowas wie Marken ein Erfolgsmodell ist. Viele Leute verstehen gar nicht das Erfolgsmodell von Marken. Marken haben diese Welt erobert. Keine No-Name-Produkte haben diese Welt erobert, Marken haben diese Welt erobert. Weil solche Unternehmen wie Apple oder, keine Ahnung, Tommy Hilfiger oder Rolex oder was auch immer, das sind Marken, die können kopiert werden. Es gibt auch andere Textilunternehmen, die genauso gut Klamotten herstellen können wie, keine Ahnung, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, was auch immer. Aber trotzdem haben die etwas geschaffen, was nicht kopiert werden kann. Und das ist das, was auch du, egal in welchem Bereich du bist, schaffen musst. Oder andere Unternehmen, zum Beispiel wie Apple, jetzt habe ich die Kopfhörer gerade nicht drin, auch die Telefone, da wird so viel von kopiert. Aber trotzdem, es ist Apple scheißegal. Den kann es scheißegal sein. Die freuen sich vielleicht auch, wenn sie kopiert werden, weil sie dann noch mehr Reichweite bekommen. Und das ist eine Sache, über die ich alle mal bitte an dieser Stelle nachzudenken. Ist dein Business aktuell kopierbar? Wie schwer wäre es für jemanden, das, was du jetzt geschaffen hast oder das, was du vorhast, nachzumachen? Und dann müssen wir uns damit beschäftigen, okay, wie kannst du etwas schaffen, was man eben nicht so einfach nachmachen kann? Also wie kannst du sozusagen eine Art Marke schaffen? Und die Antwort ist eigentlich recht einfach. Das erste, was ich gesagt habe, ist ein Flottenverbund von Produkten aufzubauen. Das heißt, umso mehr Produkte du hast, desto schwieriger wird es auch, dich zu kopieren, desto mehr Dominanz kannst du in einer Nische ausstrahlen. Und desto schwieriger wird es auch für neue Marktteilnehmer, Marktanteile zu gewinnen. Das hat damit zu tun, dass, wie gesagt, du positive Zwischeneffekte zwischen den Produkten hast. Und wenn du jetzt zum Beispiel 10 oder 20 Produkte in einer Nische hast und jemand anderes kommt jetzt rein und der kopiert vielleicht ein einzelnes deiner Produkte, das ja von vornherein ganz klare Nachteile hat gegenüber dir, weil du eben diese Zwischeneffekte hast. Dann ist eine Sache, die viele Leute nicht machen, wo ich einen unserer größten Marketingmöglichkeiten drin sehe, ist, dass das stinknormal super langweilige Mund-zu-Mund vermarkten. Die meisten Kunden oder sehr viele Kunden gewinnen wir abseits von Amazon, abseits von Online, abseits von Internet, sondern in den Wohnzimmern, in den Küchen, in den Gärten von unseren Kunden. Weil letztendlich ist es so, dass, ich sage jetzt mal beispielsweise, der Hobbygärtner, der kennt vielleicht auch andere Hobbygärtner, oder zumindest sehr oft so, dass Leute, die ähnliche Hobbys haben, zum Beispiel Tennisspieler, kennen wahrscheinlich auch andere Tennisspieler. Sonst wird es dann ziemlich langweilig. Also, was ich damit sagen will, ist, wenn du es schaffst, Stammkunden aufzubauen, die wieder und wieder bei dir kaufen, dann werden diese Leute auch deine Produkte weiterempfehlen. Oder zumindest geben sie deinen Produkten Sichtbarkeit in der realen Welt. Und das ist eine Sichtbarkeit, die kann nicht einfach so kopiert werden. Die kann niemand, der jetzt gerade neu auf den Markt kommt, einfach so kopieren. Weil er eben noch nicht in den letzten ein, zwei, drei Jahren jeden Tag 100, 200 Artikel verkauft hat. Aber wenn du sowas aufbauen willst, dann musst du heute damit anfangen, Dinge zu tun, die den Kunden an dich und deine Marke binden. Und das ist eine Sache, da fehlen viele Leute jetzt die Ideen zu, aber das ist letztendlich das, was dieses Unternehmertum ausmacht. Es geht nicht darum, Hersteller auf Alibaba zu finden, dann das Produkt auf Amazon mit schönen Bildern auf den Markt zu bringen. Ganz ehrlich, das ist eine Sache, die wird kurzfristig funktionieren, ja. Das ist vielleicht auch der richtige Einstieg teilweise, aber das ist nichts, was langfristig wirklich florieren wird, wo man langfristig sehr viel Geld mitverdienen kann. Wenn du dir vorgenommen hast, ein richtiges Unternehmen aufzubauen, dann baue ein Unternehmen mit Substanz auf, das ist unfassbar wichtig, dass es mehr gibt, als nur einen Herstellerkontakt und einen Vertriebsweg. Das ist super, super wichtig. Weil es gibt kein Unternehmen auf der Welt, was so groß geworden ist. Wenn wir zum Beispiel in der Autoindustrie mal so. Warum ist Mercedes so groß? Weil die geile Autos bauen. Weil die ein geiles Produkt haben. Und worüber vermarktet sich Mercedes? Was glaubt ihr, wo gewinnt Mercedes die meisten Kunden? Höchstwahrscheinlich auf der Straße. Da, wo das Produkt in Benutzung ist. Da, wo andere Leute gucken auf die Straße und denken sich, oh, da ist ein Auto, da ist ein Auto, oh, das ist ein geiles Auto, das ist ein Mercedes. Das heißt, ihr braucht erstmal ein geiles Produkt. Ein scheiß Produkt wird niemals Substanz haben. Keine Marke mit schlechter Qualität, dauerhaft schlechter Qualität oder sowas hat eigentlich Substanz. Dann muss es besonders sein. Es muss aber nicht besonders sein, in dem Sinne, dass es jetzt Innovation bis zum Geht nicht mehr bringt oder so. Du kannst auch mit, es gibt ja Marken im Bereich, die verkaufen Messer, es gibt Marken, die verkaufen, keine Ahnung, Glühbieren und so weiter und so fort. Oder Blumentöpfe oder sowas gibt es auch wahrscheinlich Marken zu. Wo super simple Produkte sind, wo gar nicht unbedingt Innovation drin sein muss, aber sowas wie Customer Experience zum Beispiel mit reinzubringen. Wo der Kunde dein Paket auspackt und irgendeine etwas dabei ihn dazu zwingt, deine Marke und dieses Produkt nicht zu vergessen. Und das ist eine Botschaft, die ich einfach immer unseren Kunden von Anfang an mit auf den Weg gebe. Das, was wir hier machen werden, das geht in diese Richtung und wir werden dabei helfen, so etwas aufzubauen. Weil das ist dermaßen wichtig, weil deswegen haben unsere Kunden zum Beispiel auch über mehrere Jahre mit uns zusammen, weil sie einfach dauerhaft auch Erfolge erzielen. Aber ich sehe die meisten Online-Händler, die gehen hin, folgen einer blinden Anleitung, freuen sich über ein paar Umsätze und dann, das war's. Es kommt nie wieder. Es kommen vielleicht dann nochmal ein bisschen weniger Umsätze, nochmal ein bisschen weniger Umsätze und dann sehen sie einfach, okay, das, was ich hier mache, das lohnt sich nicht. Ich sehe Leute, die haben 10, 20, 30 Produkte, aber das ist alles dieses Trockene, wie wirklich so ein Feuer, wo so ein trockenes Laub so reisig drauf geschmissen wird. Da gibt es einmal eine große Flamme und dann ist es weg. Und das, was wir brauchen, wir brauchen richtige Scheite, brauchen sozusagen richtig massiven Brennstoff, den du reinschmeißt, über, keine Ahnung, Monate oder Jahre, da sozusagen für Feuer sorgt. Damit du eben genügend Zeit hast, neue Ressourcen zu besorgen und das Ding größer machen kannst. Dass du sozusagen Step by Step ein richtiges Unternehmen mit Substanz aufbaut, wo du wirklich mal auch später 10.000, 50.000, 100.000 Euro und so weiter und so fort mit verdienen kannst. Weil das wirst du nicht schaffen, wenn du immer nur irgendwas machst, wo du mega viel Zeit und Arbeit rein investierst. Dann hast du mal kurz ein Ergebnis und dann ist das Ergebnis wieder weg. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und das ist auch das, was letztendlich Spaß macht übrigens, dabei ein Unternehmen aufzubauen. Es ist nicht diese schnellen, kurzfristigen Sachen, sondern wirklich nachzudenken, Herausforderungen zu meistern. Und das kann jeder machen. Jeder kann das machen. Man muss natürlich nur dafür auch wieder lernen, wie sowas funktioniert. Erstmal übrigens auf den Gedanken kommen. Denn du, der jetzt diesen Podcast hörst, bist damit schon mal klüger als 80 bis 90 Prozent aller anderen Online-Händler, die noch nie darüber nachgedacht haben, dass ihr Business oder zum Beispiel ich könnte wahrscheinlich 90 Prozent aller Online-Business, die aktuell erfolgreich sind, können die so kopieren und können es ein bisschen besser machen und können die übernehmen. Es lohnt sich nur nicht, weil das, was sie machen, ist so unrentabel teilweise, dass man gar keine Lust dazu hat. Aber stell dir vor, was du machen könntest, wenn du was aufbaust, weil du weißt, dass es funktioniert und dass es Substanz hat und über mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte funktionieren wird. Das ist das Geilste, was es gibt. Also, ich hoffe, das ist ein interessanter Impuls für dich. Vielleicht auch mal ein völlig neuer Impuls von der anderen Seite. Und ja, wenn dem so ist, wenn du Interesse hast, sowas in deinem Unternehmen umzusetzen, dann melde dich gerne. Beübt dich für ein Erstgespräch bei uns unter www.fb1.de und dann hören wir uns nächste Woche Sonntag. Bis dahin, viel Erfolg weiterhin. Das war wieder eine Folge der Podcast-Serie zum Wolf, direkt aus dem Herzen der Hauptstadt. Konntest du heute etwas lernen und hat dir die Folge gefallen? Dann war das erst der Anfang. Wir haben bereits 200 Unternehmen dabei geholfen, sich auf der größten Handelsplattform der Welt in nur drei bis sechs Monaten ein erfolgreiches Business aufzubauen. Wenn du mehr willst vom Leben und mit uns zusammenarbeiten willst und dein Business erfolgreich aufbauen möchtest, bewirb dich unter fbaunstoppable.de slash coaching. Ansonsten hören wir uns nächste Woche hier wieder. Abonniere dazu den Podcast und schaue dir in der Zwischenzeit unsere Videos auf YouTube an. Du findest uns dort unter Niklas Spehlmeier. Viel Erfolg!